Musik Hallo, mein Name ist Christian Meili, ich bin der zuständige Logistikleiter für Plattling und werde Ihnen heute den neuen Crossover-Prozess vorstellen. Wir befinden uns hier im Wareneingang, wo wir sämtliche Waren vereinnahmen, die Pakete öffnen, gegen den Lieferschein prüfen und in die Bestellung buchen. In der Vergangenheit haben wir die Waren anschließend nach der Verbuchung ins Kleinteilelager verbracht, wo hier die Einschleusung stattfindet. In der Vergangenheit haben wir auch sämtliche Crossover-Positionen, die sofort in eine 1-zu-1-Beziehung an den Kunden gehen, zuerst ins Lager verbracht und Stunden später per Auftrag erneut gepickt und zum Versand gebracht. Dies haben wir mit dem neuen Crossover-Prozess entschieden verführt. Hallo Kollegen, guten Tag, mein Name ist Katle Zahral, ich bin der Teamleiter Wareneingang. Ich möchte euch diesen Crossover-Prozess zeigen, den wir umgestellt haben, den Prozess an sich selber. Wir haben hier unseren Booking-Bereich, hier werden die Crossover-Teile gebucht. Wir machen per Etikett und per Schüttung den Prozess fertig, indem wir diesen Schütter dann auf unseren Crossover-Platz bringen. Mein Name ist Stefan Drexler und ich bin Vertriebsleiter der Rubik's GmbH Südost. Mit dem neuen Crossover-Prozess sind wir in der Lage, Sonderbeschaffungsartikel für unsere Kunden bereits bei der Anlieferung separat zu steuern und priorisiert abzuarbeiten. Sie müssen dann nicht mehr den gesamten Warehouse-Prozess durchlaufen, dadurch verringert sich die Durchlaufzeit und der Kunde bekommt seine Ware schneller. Für unseren Vertrieb und auch für unsere Kunden ein absoluter Mehrwert.